Schnell ab hier der Roboter. Warte. Oh Gott. Du bist ins Loch fallen, Alter. Ich war schneller. Komm schon. Ich habe die Höhle gefunden. Komm, du kannst ins Wasser fallen. Hier unten ist Wasser. Geh durch mein Loch durch, dann fällt es ins Wasser rein. Halt auf, durch Lecher zu fallen. Direkt unter dir ist noch Stein. Da gehst du... Oh ja. Geht doch. Jawoll. Keine Fackeln mehr. Ich habe auch keine mehr. Warte mal, ich habe Kohle überhaupt gefunden. Ah, guck mal, da ist noch mehr Kohle. So, jetzt warte mal. Seht. Drei glatte Pixel. Ach, mir fehlt... Ich habe kein Holz. Scheiße. Moment, ich stelle mir hier ein Fackelchen auf. Hier. Und einmal... Ahhhh. Das ist so ein Idiot. Ja, das hätte ich dir auch sagen können. Huch. Oh. 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 Ich habe eine Idee, warte mal. Okay. Kann ich denn... Ja, doch, doch, doch. Timo? Ich schick dir mal was runter. Ah, mir ist genug, warte mal. Ich bin schon tot. Ich muss jetzt wieder kommen. Achso. Oh scheiße. Ich bin tot. Die Versage. Kies. Wieso fing sie sich? Pixel. Ich komme wieder. Geh mal weiter in die Richtung. Das ist ja... Der Planet hier ist ein bisschen größer. Das heißt, bis du ganz unten bist, dauert es auch länger. Es gibt ja verschiedene große Planeten. Der große dauert halt ewig, bis du einmal außen rumgelaufen bist zum einen. Ohne... Pass auf. Das dauert... Er ist auch von der Tiefe her um einiges... Ja. Tiefer. Ja. Logischerweise. Ich sehe tolle Sachen. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Moment, ich muss hier aus... Oh Gott. Oh Gott. Das war... Die wurden verschüttet. Ich bleibe sie aus. Ich wei. Ich wei. Ich wei. Ich hörte sie. Oh Gott. Es ist so viel. Oh Gott. Neues ähm... Fuck. Neue Umgebung. Wo sind sie denn? Ich bin hier oben. Oh. Vorsicht jetzt bitte. Jetzt schauen wir mal, ob es hier drüben noch was gibt. Ja, ich möchte bloß hier... Irgendwie hängt es gerade. Ah. Das hat keine Chance gegen uns. Das lag gerade kann es sein. Ja, massiv. Hier hängt es gerade. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade das abrolle oder nicht. Das ist ein komisches Viech. Das ist ein Boss. Äh, das sind noch fehlten... Also je... Wenn da unten noch was lebt, ist es böse. Die Großen... Äh... Die Großen... Die... Die so ein bisschen verzerrt pixelmäßig aussehen. Die auch noch rot leuchten. Das sind Bosse. Oder eher so Mini-Bosse. Zufalls... Äh... Erstellte. Also wir haben schon mal... Wir sind schon mal... In der... Eine Menge Eisen hier. Ah. Jetzt... Oh. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Oh Kohle, mein Freund. Kohle. Besorge sie. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein anderes Biom entdeckt. Ja. Das ist Biom. Ich weiß nicht. Oh Gott! Na ne... Na ne Gesteinsschicht haben wir jetzt. Ja. Es geht, es geht. Ne Knochenschicht haben wir jetzt entdeckt. Helft mir ihnen. Passt schon. Ist schon tot. Au. Ich muss jetzt... Ich muss mal eben für uns ein paar Fackeln machen. Moment. Ne, der ist sogar freundlich. Crafting. Torches. Ich brauche Kohle dazu. Sonntag. Okay. Durch Asche kommen wir recht schnell durch. Ich habe Kohle. Aber die Knochen sind auch richtig hart. Ich habe es eben 18 Fackeln gemacht. Das war schon bessere Axt wahrscheinlich. Oh. Was ist denn das hier? Kupfer? Das ist mein Freund. Bei uns hier am besten ab. Ah. Da haben wir Asche. Da kommen wir schnell durch. Da drüben. Oh. Ja. Da drunter ist eine Höhle. Siehst du das? Was sind das eigentlich für Behälter? Äh. Da sind Sachen drinnen. Zum Beispiel die Pixel und so. Oder mal einen Halt dran. Aber ich werde jetzt gleich etwas ganz ganz Tolles machen. In den Containern sind nur Pixel dran. Nein. Tut sie das nicht. Und die Wasserschlagerade nicht an. Oh doch. Oh doch. Das werde ich. Nein. Sie sind total krank. Auch das hier machen. Der schwemmt alles. Das trinkt man auch. Ja. Jetzt komm ich. Ja. Jetzt komm zuerst. Du. Es wird uns hilfreich sein. Ja. Du kannst es als. Ich will aber zu denen nicht rüber. Du kannst es als Art. Ähm. Wasseraufzug benutzen. Wenn du fällst. Wenn du mit Wasser fällst. Fällst du langsamer. Ja. Ui. Oh fuck. Und. Ja. Ihr friedliebenden Wesen sterbt. Ist auch cool wenn du über die Knochen läufst. Wie das knarrt. Knirscht. Oh. Metall. Das kann ich aufbauen. Genau. Machen wir ein bisschen ab. Da ist noch mal ein einzelnes da eben. Ist das Knochen? Ja. Wo seid ihr denn? Kommt mal zu uns. Ich baue uns eben Knochen ab. Ja. Willkommen im Club. Gold. Ich hab Gold gefunden. Oh. Dann bauen sie es ab. Alter. Ein einzelnes Stück. Das ist ja fast schon schändlich dahin zu gehen. Wie viel. Äh. Hast du genügend Fackeln? Ich hab ne Hand voll. Ich hab auch noch jede Menge Holz. Einzig was meint fehlt es immer ein bisschen Kohle. Kannst du hier hochkommen und noch eine aufstellen? Äh. Einen Moment. Einen Moment. Nehm noch kurz das mit. Ich komm hoch. Eventuell. Oh. Geil. Moment. Zack. Äh. Das war jetzt natürlich ein Fehler. Moment. Egal. Bevor wir ähm. Den ersten Boss starten. Sollten wir uns auch noch alle den. Den eisernen Jagdbogen holen. Weil der macht gleich mal. Ich glaub. Fast das dreifache in Schaden. Dafür brauchen wir schon mal Eis. Da. Du hast ja alle alles in dem Wasser gesetzt. Was? Nein. Das war schon davor so. Nein. Das Wasser ist runtergelaufen. Das war schon davor so. Ohne Höhle. Alter wie hart ist das hier? Hart wie Kruppstahl. Fische. Fische. Glaub ich gehen auch wieder ein bisschen höher. Jetzt doch. Kann ich hier schon eine Eisenachst machen? Vielleicht. Ja. Aber ich glaub du brauchst. Bauplan. 20 oder 30. Nee nee. Brauchst du nicht. Äh. Du brauchst einiges an. An Eisen. Äh. Nicht wirklich. Ich baue mich hier aber grad durch. Das Problem ist dass du ähm. Ein Bahn. Für ein Bahn brauchst du zwei Erz. Ach okay. Meine Damen und Herren. Ich baue so eben Diamanten ab. Du Arschloch. Du Arschloch. Die äh. Noch lange nix bringen. Weil. Für. Einen Diamantenbarn brauchst du drei Diamanterz. Und für dir. Achso gut dass ich bereits äh. 15 Stück habe davon. Ja du brauchst und für ne äh. Äh. Pickaxe brauchst du zum einen erstmal die richtige Workbench. Die du erst auf Level 3 kriegst oder. Oh Gott. Wo bin ich hin? Ich glaub mir das bringt dir jetzt noch nix aber. Ist gut dass du schon mal hast. Achso ich meinst du Diamanten ist immer schön. Timo was gibt es bei dir denn so alles? Äh. Eisen. Aber ich muss weit buddeln um zu kommen. Oh Gott. Ich hab. Ah das ist nur Kupfer. Bin grad sehr tief gefallen. Wie wenn du mir hilfst dann teilen wir das Eisen. Von wegen wenn der was teilt. Ich habe Diamanten. Ich hab auch schon Eisen. Wenn du. Gib mir kurz Zeit. Das ist Asche? Natürlich unten gibt's Asche. Alter. Wo hab dich ungetrieben die ganze Zeit? Ja. Oh. Ich weiß zwar nicht was ich hör aber es scheint. Äh. Mich nicht zu hören. Au au au. Oh Gott ich bin grad sehr sehr tief gefallen und werde jetzt von fiesen Viechern angegriffen. So. Emo. Du brauchst Hilfe. Oh Gott was ist da bei dir Eisen? Ah. Nein. Geh weg. Ich glaub das ist da drüben bei der Fackel. Das ist Eisen. Oh Gott die Dinger können schießen. Du bist am Arsch. Ich bin ziemlich am Arsch ja. Au au. Ganz da drüben das weiße da. Ich komme dir zur Hilfe wenn ich dich finde. Ich helfe dir. Na pass aber auch ich bin ein paar mal sehr tief gefallen. Er wartet. Sollt ihr eventuell nicht nach oben graben? Ich habe es getätet. Ich weiß nicht wo du bist hast du Fackeln gesetzt? Ja ein paar. Also ich habe noch 13 Fackeln. Er ist unter dir. Ich habe keine mehr. Ja dann mache ich einfach euch jetzt. Ach das war der Bösewicht verdammt. Ich bin gleich tot. Das sah so freundlich aus. Ich bin tot. Verdammt. Ich glaube ich habe deine Leiche fallen sehen. Ja. Der sah so nett aus wie um drauf fallen. Dann bin ich tot. Ein bisschen tot muss sein. Ein bisschen stundisch immer. Au. Au. Außen nichts kam. Nein ich bin auch gestorben. Ich glaube wir wissen wo ihr gestorben seid. Mein Leiche ist explodiert. Explodiert. Das ist irgendwie mein Cut Breakdance. Zack. What the fuck. Ich spawn und du hast direkt ein Gegner. Das kann sein. Ein Pickel-Exte womit du wirst hier durchkommen. Ja es ist. Wir müssten. Ich weiß gar nicht. Einen Ofen müssten wir glaube ich machen. Ich habe schon einen Ofen. 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 Wo? Was? An unserer Basis. Ich habe schon einen Ofen überredet. Doch. Da muss ich Eisen rein stopfen. Ja. Habe ich gebaut. Du brauchst schon nichts dafür. Ofen ja. Hast du den wenigstens bei uns an der Basis hingestellt oder? Nein den habe ich im Inventar. Super. Wer tut das ist eh Quest gegen Scheiße. Den muss eh jeder von uns machen. Silber ist das okay. Ich habe genug Silber um später den Boss zu spawnen. Ich habe braun Eisen. Ich weiß wie Eisen ausschaut. Das ist rot. Das ist braun so. So richtig schwarz. Das ist Kupfer. Nee. Das ist Eisen. Das ist da oben was du hier siehst. Das ist Kupfer und Silber. Und Eisen kann ich dir zeigen sobald ich es sehe. Ich habe es nämlich schon ein paar Mal. Oh Gott. Geh jetzt hier endlich mal hier durch. Kann doch nicht so schwer sein. Und ich helfe dir. Nämlicher Roboter hackt dich durch. Ich bin durch. Stolz auf dich. Ich schau. Kann sein dass du soeben leicht gestorben bist. Nein ich lebe noch. Oh hi. Holy. Was zum Henke ist das denn? Weiß es nicht. Spring nochmal. Mein Gott. Ich bin ja Eisenader. Na komm. Ich bin gewillt da runter zu springen. Ach ich mache es einfach. Tschüss. Nein. Mach das so wie ich. Es hängt grad eh grad wieder wie Sau. Hättest du irgendwie mein anderes Server aufmachen ne? Irgendwie läufts. Ich bin durch. Oh Gott. Ich sehe bloß wie sie alle wild vor mir stehen und mich angreifen wollen. Ah jetzt sehe ich wieder was. Das Problem ist der Planet ist zu weit weg von der Sonne. Deswegen ist es auch tagsüber nicht sehr hell. Guck hier haben wir zum Beispiel Eisen. Das hier was du siehst ist Eisen hier. Ist das dumm? Welches? Ist der drüben oder? Das hier. Im Wasser. René du Monster der Tiefe. Ah ok das muss ich mal abbauen. Das brauche ich ganz dringend. Das machst du jetzt einfach mal. Fandessen. Oh Gott. Das ist not nice. Hey. Verdammt Hux einfach weg. Weißt du noch. Ich töte einfach irgendwelche Bewohner dieses Planeten. Also ich bin jetzt schon an der Quest um den Boss zu spawnen. Schon lang netter. Oh Gott. Ich erkunde hier mal ein bisschen mehr. Oh das ist ne gewaltige Goldader. Diese Axt. Die ist so langsam. So langsam ist die Axt. Haken. 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 Ich weiß gar nicht ob. Nein ich glaub der hängt grad wieder. Oder? Nein. Ich bin einfach nur langsam gerade. Wunderschön das Gold. Ich glaub er hängt. Hup grad hängt er wieder. Geil. Ich hab grad ewig auf nem Steinblock herum. Jupp. Ah jetzt baut er sich grad ab. Mir hängt der Baum schief in der Luft. Weil er halb umgefallen ist. Kann nichts mehr aufnehmen. Äh. Jetzt hängt er total glaub ich. Ist dein Inventar eventuell voll? Äh. Ich glaub jetzt hängt's komplett. Warte? Geil grad nix mehr. Geil grad nix mehr. Hä? Mir läuft's. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Nö. Mir ist jetzt immer noch nix. Ja. Client connect no longer. Tust du grad nebenbei irgendwas runterladen über Steam oder so? Ich nö. Nein niemand Jan. Äh. Eigentlich nicht. Nö. Sollte auch nicht äh. Langsamer sein eigentlich. Ich connect nö ich ja auch so drüber. Leid mich mal ein. Moment. Und. Jaaaa. Jaa. Jaa. Booyah. Ich hab nur noch einen Lebenspunkt. Ah hi. Ich bin. Ich hab Angst. Guck mal. Mhm. Jaa. 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 Untertitelung des ZDF, 2020